Und damit meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 Not Together. Heute wieder mit Fred bzw. Fabian. Hallo! Heute machen wir das Ganze mit schwierig und wer zuerst drei Level schafft, gewinnt. Weil fünf Level erfahrungsgemäß ist ein bisschen heftig, deswegen halt drei Level gewinnen. Und ich denke mal, schwierig ist auch schon eine Hausnummer und das wird bestimmt auch wieder ganz lustig. Und ja, von dem her, Fabian, bist du gut vorbereitet? Ja, du auch. Selbstredend, selbstredend. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was jetzt genau alles passiert. Super Mario Maker 2! Let's go! Oh ja, mhm. Outsch! Outsch! oh komm, komm hä? oh ne oh, ich hab's geschafft wow ich führe, ich führe, ich führe ne danke ernsthaft oh verdammt nein bist du gestorben? nein, 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 nein bin der falsche Weg gelaufen King nein, nein, nein booo jetzt bist du nicht gestorben oh 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 Na komm Verdammte Axt da Ich kann nur hoffen, dass du auch stürzt Das war so ein Mega-Fail Komm Oh, es kostet mich wieder Zeit Wenn ich mich habe Ah, verdammt, Axt Danke Mann So, jetzt muss ich ernst machen Ach, Mann Aha Ah, ich gehe unten lang Aha Aha So Kann ich auch Das kriegst du zurück Das ist jetzt nicht dein verdammter Ernst Ja, ja Ich will das Kriegst du zurück Nicht du Ich meine das Level Ja Wir müssen Levels hier Bestraft und gestorben Sterben Oh, Mann Ah Jetzt level ich dir bestraft So settings uuuuuuuuu äh ö ja okay bers bei zu die K cm Na wo ist er, ach da ist er. Da ist aber zuvorkommen von dir. Bist du tot? Joa. Achso. Ich hab mich grad gewundert. Warum ist denn hier alles so sauber? Ich glaub's nicht. Töne! Ah. Oha, war das noch ein weiter Weg. Oh, wieder sowas Tolles. So. Oh, shit. Wow. Oh, nein, 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 nein. Gib mir den Power. Du sollst mir den Power abgeben. Oh, komm schon. Ja, das geht in ein Unentschieden. Oh, mein Gott. Oh, dieser blöde Panzer. Runde 3. Es steht noch bisher unentschieden und ich will keine Feuerblumen haben. Danke. Lass sie dir mal vor. Boah. Dir ist schon aufgefallen, dass du mit einer Feuerblume hier nicht weiterkommst? Komm schon da rein. Oh, verdammt. Danke. Nee, nee. Oh, verdammt. Nein! Ist das alles wirklich für ein B? Wer fliegt ja noch Feuerblumen lang? Nein! Das war viel einfacher, als du alle eingesammelt hattest. Wie, ganz vorsichtig. Ach komm! Ja! Lauf du ruhig weiter. Er muss sterben heute. Er sterben kannst du ja nicht. Das ist es ja. Du musst dann auf Neustart machen. So habe ich es aufgemacht. Ich habe es ja nicht. Das ist es, was du mit dem Schluck umfbingst. Das ist es, was du mit dem Schluck umfbingst. Das ist es, was du mit dem Schluck umfbingst. Kannst du knicken, dass ich die einsammel Danke, dass du mir das abgenommen hast Oh nein, 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 nein Oh, der ist fies Oh ja, ist klar Oh, ich lebe Oder beziehungsweise, klar lebe ich, aber Ich lebe immer noch Ich lebe immer noch Wow Oh Who's your daddy? Ja Ja, super Das fühlt sich gut an 1-1 Ab geht es in den Schnee Nein Nein Ich war dumm Also das ist New Super Mario Land Super Mario 3D Land Ich habe gerade versucht, einen Wirbelsprung zu machen Ich nehme den sicheren oberen Weg Äh, was? Und wieder schön zurück, komm Hast du gestorben? Oh Mann, das gibt mir hier einen Checkpoint Oh Nimm ich auch War kurz hinter den Crumps Jetzt haben wir es mit einem Japaner und einem Speedrun zu tun Oh nee, ne? Final round Fight Oh geil Oh geil Hm, schön Röseh 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 Ich hasse triple jumps. Ah... Oh, ja. Ganzhaft. Oh, ja. Checkpoint. Oh, ja. Ich warte. Leck mich. Wieso macht man so ein Level? Das lohnt nicht. Leck mich. Ernsthaft? Ein Death Star? Wow. Wow. Yay. Wow. Back, 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 back. Wow. Schönes Ding. Let's do this. Was? Tja, da ist der Red auch schon wieder irgendwie aus der Gruppe raus. Warum auch immer. Ich bin rausgeflogen. Okay. Nun gut. Nichtsdestotrotz, der Sieg, der geht an meine Wenigkeit und ja. Unverdient. Unverdient. Nein, verdient. Ich hab mich da hart durchgeschroft, ja. Nein, unverdient. Okay. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Not Together. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Danke nochmal an den Red. Und ich bin euer Torhort Rhein. Tschö, tschö. Tschö.